Gutes Stichwort. Die Bielefelder haben alle das gleiche T-Shirt angenommen. Das haben sie an, weil sie das bekommen haben, weil es die größte Fangruppe heute ist. Ich habe gerade erfahren, 100 Fans haben sie mitgebracht. Wobei, vielleicht sollte man noch über so einen Regionalfaktor nachdenken, weil Berlin 200 Leute hier hinzubekommen, Bielefelder, mit dem auch Zeit, ihr macht ordentlich Stimmung, super und das könnt ihr jetzt direkt nochmal beweisen. Für die Bielefelder, sie startet endlich für die Bielefeld Wildcats, Alissa Kreis. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020